Ist okay? Willst du was lohnen? Kann ich auch, kann ich auch. Na, dann. Hier. Hier. Hey, nein, warte, nimm die Dinger nicht. Was heißt, Jungs, einfach ruf, was wartet, Zoll? Du hast gerade den größten Haufen LSD eingeworfenen, die ein Mensch zu sich genommen hat. Komm, Jungs, hör auf mit dem Ungehappten. Hey, ich hab hier was, das wird dich wieder runterbringen, Mann. War wohl ein bisschen heftig, die Ladung.